Hey ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich bin heute sehr früh aufgestanden für euch. Ich konnte auch ehrlich gesagt gar nicht mehr schlafen, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt zum Strand und wir nehmen ein paar Mouth Sounds hier auf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Es ist gerade Viertel nach sieben ungefähr und die Sonne geht schon langsam auf. Die wird aber erst richtig um halb acht aufgehen, aber ich fand die Atmosphäre jetzt noch so schön und ich weiß auch nicht, ob es nicht gleich richtig laut wird, deswegen, ja, das Licht ist gerade sehr schön. Deswegen nehme ich jetzt schon auf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man die Sounds überhaupt gut hören kann, aber mal schauen. Oh, und bevor wir anfangen, schaut mal, was ich mir für ein Journal gekauft habe. Ich habe mein Journal diesmal nicht mitgenommen und ich hatte voll das Bedürfnis zu schreiben. Deswegen habe ich mir dieses süße Channel gekauft. Es ist nicht mega niedlich. Manchmal muss man sich so ein Kram einfach kaufen. Ich weiß nicht, ob man sich so ein Kram einfach machen kann, aber ich weiß nicht, ob man sich so ein Kram einfach machen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe das Gefühl, meine Maussounds werden von dem Meeresrauschen übertillt und das was eigentlich das Meeresrauschen so die Mainrolle einnimmt. Lass mich euch den Sand einmal zeigen. Oder zumindest hören lassen. Ich habe das Gefühl, meine Maussäule zu machen. Ich habe das Gefühl, meine Maussäule zu machen. Ich kann überhaupt nicht hören, was ich hier mache eigentlich. Das ist der Weg. Und jetzt geht's weiter. Außer mir sind hier noch die Müllmänner, die den Müll vom Strand aufsammeln und eine Yoga-Gruppe. Ich merke, dass ich gerade so richtig wegschweife. So, mit den Gedanken. Nein, gar nicht mit den Gedanken. So einfach, dass ich vor mir entvegetiere, weil es noch so früh ist. Hier ist ein Stück Bambus. Ich hole das mal kurz. Ich hole mich schon wieder ab. Noelitarian. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe. So wirklich bewusst. Ich meine, heute werde ich den auch nicht wirklich sehen, weil wir da Hügel haben. Ich zeige euch die mal kurz. Seht ihr? Und dahinter ist der Sonnenaufgang. Was aber auch nicht schlimm ist. Das Experiences. Gut. 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 Oh Gott, sehe ich mir das. Tatsächlich sind die auch hier schon sehr, sehr früh unterwegs, die Malerkiesen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass um 6.30 Uhr schon so viel aufmerksam ist, beziehungsweise die Begleiter schon vor. Aber ja, es ist sehr viel, so früh. Da könnt ihr auch schon die Möwen hören. Ich sehe gerade, die Inkel laufen bei vor 15 Minuten. Ich fing gerade mal die Vögel hin zu zwitschern und jetzt ist hier schon richtig was los. Jetzt kommen die Müllmänner. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und es ist langsam hier ein bisschen mehr los. Aber ich hoffe, dass euch die paar Minuten ströhnen und uns gut gefallen haben und dass ihr überhaupt irgendwas hören könntet. Ich weiß, dass der Sound nicht perfekt ist. Aber, it is what it is, wenn man draußen aufnimmt. Also, ich wünsche euch von den schönen Träumen. Und, peace. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020